Ideen. Nürnberg ist der Ort, wo aus Ideen Arbeit wird. Das war schon immer so. Ob es der Handel war im Mittelalter, ob es die Erfindungen gewesen sind oder ob es in der Zeit der Industrialisierung die guten Produkte aus unserer Stadt gewesen sind. Und wir werden auch zukünftig aus Ideen Arbeit machen. Wir brauchen die Jobs bei uns in der Stadt, egal ob in Produktion und Handwerk, ob in Handel und Dienstleistung, ob für Akademiker oder für die, die duale Ausbildung gemacht haben. Daran wird zu arbeiten sein. Wir fördern die Bildungschancen unserer Kinder. Wir stellen Gewerbeflächen bereit für diejenigen Unternehmen, die sich vergrößern müssen. Wir schauen in die Branchen, die wir für die Zukunft brauchen. Die Kulturwirtschaft, die Kreativwirtschaft, die Sozialwirtschaft. Wir sind eng verbunden mit unserem Handwerk und wir haben eine gute Beziehung zu den großen Betrieben bei uns in der Stadt. Damit auch künftig bei uns in der Stadt das geschieht, was uns seit Jahrhunderten auszeichnet, dass aus guten Ideen Gute Arbeit wird. Sch Bonfam. Sch und